Willkommen! Wir werden uns hier eine etwas anspruchsvollere Extremwertaufgabe anschauen. Auch wenn ich an dieser Stelle davon ausgehe, dass ihr schon mal eine Extremwertaufgabe gesehen habt, will ich trotzdem mit euch die typische Vorgehensweise bei solcher Art von Aufgaben kurz besprechen. Vorgehensweise, an die wir uns natürlich auch halten werden. Nachdem wir natürlich den Sachverhalt ein bisschen verinnerlicht haben, ist unser erster Schritt eine Zielfunktion aufzustellen. Dann, für diese Zielfunktion, müssen wir die Extrempunkte berechnen. Damit meine ich entweder Hoch- oder Tiefpunkte, abhängig davon, was die Aufgabenstellung eigentlich verlangt. Und unser dritter und letzter Schritt ist die Berechnung der Randwerte, um die sogenannte Extremwertentscheidung zu fällen. Wenn euch nicht mehr klar ist, was mit dem einzelnen Schritt gemeint ist, keine Sorge, das klärt sich alles im Laufe der Aufgabe auf. Und hier ist die Aufgabenstellung. Nehmt euch bitte ein bisschen Zeit, liest in Ruhe die Aufgabenstellung durch und versucht euch den Sachverhalt ein bisschen vorzustellen. Als kleine Hilfestellung blende ich hier auf der rechten Seite nochmal das Schaubild dieser Funktion ein in den von der Aufgabenstellung definierten Bereich. Und denkt daran, wenn das Schaubild nicht gegeben wäre, eine Wertetabelle im Taschenrechner hilft immer. Egal was ihr für einen Taschenrechner zur Verfügung habt, eine Wertetabelle könnt ihr immer erzeugen. Und ja, die Schaubilder-Funktion ist bei solcher Aufgaben immer sehr wichtig, weil ohne ist dieses Sachverhalt wirklich schwer vorzustellen. Und jetzt überfliegen wir gemeinsam die Aufgabenstellung und versuchen die wichtigsten Sachen rauszufiltern. Also in der ersten Reihe haben wir eine Funktion f von x gegeben, im Bereich zwischen 0 und 4, so wie rechts abgebildet. Und dann als nächstes im Punkt P mit den Koordinaten u und f von u, mit u größer als 1, also das ist auch wichtig für unsere Skizze, die gleich kommt, wird an den Graphen von f eine Tangente angelegt. Okay, versuchen wir uns erstmal das vorzustellen. Dieser Punkt P mit den allgemeinen Koordinaten u und f von u ist die typische Schreibweise für einen Punkt auf der Kurve, den man nicht genau kennt. Die einzige Einschränkung, die wir haben, ist, dass u größer als 1 sein muss. Wenn wir das am Schaubild versuchen ein bisschen zuzuordnen, dann solltet ihr erkennen, dass bei 1 genau der Hochpunkt ist. Und das bedeutet, dieser Punkt P muss ja rechts neben diesem Hochpunkt stehen und deshalb wähle ich zufälligerweise hier ein Punkt P. In diesem Punkt legen wir eine Tangente an dieser Kurve an. Die Tangente wird dann wie die rote Linie hier aussehen. Und jetzt diese Tangente bildet mit den Koordinatenachsen ein Dreieck. Ich hoffe, dass sich jetzt jeder von euch diesen Dreieck vorstellen kann. Ich deute es nochmal ein bisschen an. Das ist das, was ihr hier mit rot sieht. Und das Besondere daran wäre, dass dieser Dreieck natürlich ein rechtwinklicher Dreieck ist. Ja, das hilft uns indirekt später ein bisschen weiter. Und die Fragestellung lautet, bestimme u, sodass der Flächenhalt dieses Dreiecks minimal wird. Diese Fragestellung verrät uns zwei sehr wichtige Informationen für die Lösung dieser Aufgabe. In erster Reihe, dass unsere Zielfunktion die Fläche eines Dreiecks ist und zweitens, dass sie minimal werden sollte. Das bedeutet, für diese Zielfunktion, wenn wir sie mal haben, müssen wir natürlich ein Minimum oder den Tiefpunkt bestimmen. Und so, wie ganz am Anfang besprochen, fangen wir an mit der Zielfunktion. Okay, es geht um die Fläche eines Dreiecks. Jelte sollte sich an die Formel für die Fläche eines Dreiecks erinnern. Ich schreibe sie nochmal kurz hier auf der linken Seite. Also die allgemeine Formel lautet, ein Halb mal Grundseite mal Höhe. Natürlich kann man sie auch anders darstellen, ein Halb mal A mal HA oder ähnliches. Nimmt ihr so, wie ihr es eigentlich vom Unterricht kennt. Okay, jetzt müssen wir nur anhand dieser Abbildung zuordnen, welche Seiten hier für das Dreieck die Grundseite und die Höhe sind. Naja, wenn ihr auf der rechten Seite schaut, wir haben einen rechtwinklichen Dreieck. Deshalb sind die Katheten in diesem Dreieck immer die Grundseite und die Höhe. Entsprechend könnten wir zum Beispiel diese Kante hier unten als Grundseite wählen und die hier oben als Höhe. Allerdings haben wir an dieser Stelle noch ein kleines Problem. Unsere Zielfunktion auf der linken Seite ist nicht wirklich brauchbar. Die besitzt zwei Veränderlichen, G und H. Wenn man eine Funktion auswerten möchte oder damit irgendwas anfangen möchte in Mathe, braucht oder darf diese Funktion nur eine unbekannte oder eine veränderliche haben. Und deshalb schauen wir nochmal auf der rechten Seite, von was eigentlich dieser Flächenhalt abhängt. Und bei der Abbildung solltet ihr erkennen, dass die Höhe und die Grundseite dieses Dreiecks eigentlich nur von der Lage der Tangente abhängen. Also, die Höhe, wie ihr erkennen könnt, wird festgelegt durch den Schnittpunkt der Tangente mit der Y-Achse oder der sogenannte Achsenabschnitt. Und die Grundseite dieses Dreiecks wird festgelegt durch die Nullstelle der Tangente. Also, alles dreht sich um diese Tangente. Deshalb wird unser erster Ziel eigentlich, in diesem allgemeinen Punkt P eine Tangentengleichung an dieser Kurve anzulegen. Es gibt jetzt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, die Tangentengleichung aufzustellen. Einmal mit der klassischen Formel, die ich hier auf der linken Seite eingeblendet habe. Dieser Y ist gleich MX plus C. Und dann noch eine zweite, mit einer ein bisschen beim ersten Blick schlimmer aussehenden Formel, die allerdings einfacher ist. So, jetzt abhängig von Bundesland oder Lehrer. Habt ihr entweder das eine oder das andere benutzt oder beide. Normalerweise in der Oberstufe benutzt man die untere Formel, die auch in jeder Merkhilfe steht. Deshalb werden wir das auch nehmen. Außerdem wird die Rechnung mit der unteren Formel, obwohl es beim ersten Blick nicht so aussieht, ein bisschen kürzer als mit der oberen Formel. Also, die kleine Formel oben ist umständlicher als die untere zu verwenden. Gut, ihr könnt natürlich an dieser Stelle das nehmen, was ihr von Unterricht kennt. Ich werde mich jetzt mit der unteren Formel durchschlagen. Und der Vorteil dieser Formel ist, das ist schon eine vorgefertigte Tangentengleichung. Man muss nur ein paar Sachen einsetzen, damit ist man schon fertig. Also, wir haben diesen Punkt u und f von u. Das bedeutet, das ist der Punkt, wo wir die Tangente anlegen. Das u lassen wir in Ruhe. Was wir noch brauchen hier, um einzusetzen, ist f von u und f' von u. Naja, f von u ist einfach. f von u ist einfach unsere Funktion von oben mit u statt x. Das werde ich dann auch hier an dieser Stelle kurz übernehmen. Also, f von u wäre dann entsprechend u minus u mal ln von u. Und das einzige Problem, was wir noch haben, ist die Tatsache, dass wir hier die Ableitung dieser Funktion bilden müssen. Und dann entsprechend so weit wie möglich zusammenfassen. Also, dieses u vorne wird getrennt abgeleitet. Das ist einfach eine 1. Und für den hinteren Term, da muss man ein bisschen aufpassen, da braucht man die Produktregel. Also, zur Erinnerung, die allgemeine Produktregel war ja u' mal v plus u mal v'. Genau diese Regel werden wir auch hier anwenden. Und weil davor ein Minus steht, setzen wir das Ganze in Minusklammer vorerst. Also, diesen ersten Term abgeleitet ergibt wieder 1 mal ln von u. Und dann plus, dann kommt das u mal ln u abgeleitet ist einfach 1 durch u. Gut, hier hinten erkennt man schon eine gute Nachricht. u und u kürzen sich weg, da bleibt nur eine 1 übrig. Und jetzt können wir problemlos diese Minusklammer auflösen. Dann haben wir 1 minus ln von u und hinten wieder minus 1. 1 und minus 1 heben sich gegenseitig auf und unsere erste Ableitung lautet dann nur noch minus ln von u. Auf der linken Seite seht ihr nochmal f von u und f' von u, was wir jetzt gerade bestimmt haben. um diese Tangentengleichung aufzustellen. Und für alle Fälle auf der rechten Seite nochmal das Schaubild. Es könnte sein, dass wir es gleich nochmal brauchen. Also, wir stellen jetzt die Tangentengleichung auf. Das bedeutet f' von u und f von u ersetze ich mit das, was ich oben habe. Entsprechend wird die Tangente dann für den Anfang so aussehen. Also, statt f' von u habe ich dann minus ln von u mal Klammer auf x minus u und dann plus f von u von oben plus u minus u mal ln von u. Klar werden wir versuchen jetzt diesen Term so weit wie möglich zusammenzufassen und ein bisschen schöner darzustellen. Das heißt, die vordere Klammer kann man auflösen. Das mal das und das mal das. Und dann haben wir minus ln von u mal x. Dann mit dem zweiten Term, minus minus ergibt plus. Deshalb haben wir dann plus u mal ln von u. Und hinten schreibe ich vorerst ab. Also, u minus u mal ln von u. Und vielleicht erkennt ihr schon die gute Nachricht. u mal ln von u minus u mal ln von u heben sich gegenseitig auf. Und das bedeutet, wir haben jetzt eine ein bisschen schönere Tangentengleichung. Also, ln von u mal x und dann plus u. Und jetzt nicht vergessen, wozu das Ganze. Also, wir haben diese Tangentengleichung gebraucht, um die Höhe und die Grundseite dieses Dreiecks zu bestimmen. So, wie ihr rechts erkennen könnt, ist die Höhe der Schnittpunkt mit der y-Achse oder der y-Achse-Abschnitt. Okay, man kann es auch hier bei der Tangentengleichung ablesen, aber wir können es auch offiziell ansprechen. Also, Schnittpunkt mit der y-Achse bedeutet immer für x, 0 einzusetzen. Und wenn wir das hier machen, also in unserer Tangentengleichung für x, 0 einsetzen, dann bleibt ja nur noch y ist gleich u. Und daraus folgt, dass die Höhe h einfach u ist. So, die Grundseite wird festgelegt durch den Schnittpunkt mit der x-Achse. Also, für den Schnittpunkt mit der x-Achse bedeutet, dass wir für y 0 einsetzen und die Tangente gleich 0 setzen. Das Ganze sieht dann so aus, 0 ist gleich minus ln von u mal x plus u. Und jetzt müssen wir natürlich nach x umformen. Also, ich werde jetzt dieser minus ln u mal x rüberbringen mit plus. Dann haben wir hier ln von u mal x ist gleich u. Und am Ende teilen wir das Ganze durch ln von u. Und somit haben wir auch unser x-Wert, was eigentlich g ist. Also, x ist gleich u durch ln von u. So, und das ist ja gleichzeitig die Grundseite des Dreiecks. Ja, man hat schon schönere x-Koordinaten gesehen. Und jetzt können wir endlich unsere Zielfunktion aufstellen. Also, die grundlegende Formel, links abgebildet, war 1 halb mal g mal h. Wenn wir jetzt für g und für h die Werte einsetzen, die wir gerade in Abhängigkeit von u bestimmt haben, sieht die Formel so aus. Und das Ganze kann man eventuell noch ein bisschen zusammenfassen. Dann sieht das Ganze so aus. Ja, auch hier an dieser Stelle zugegeben, es gibt auch einfachere Zielfunktionen. Allerdings, vergessen wir nicht, was wir noch machen wollten. Und zwar, Schritt 2 wäre gewesen, für diese Zielfunktion die Hoch- bzw. Tiefpunkte zu bestimmen. In diesem Fall wird es ein Tiefpunkt sein. So verlangt es die Aufgabenstellung. Und zur Erinnerung, es gibt zwei Möglichkeiten, diese Punkte zu bestimmen, bzw. bei dem Nachweis gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man bildet zwei Ableitungen, oder man untersucht das Ganze nach der ersten Ableitung mit dem Vorzeichenwechsel. Das lassen wir noch offen. Und wir schauen uns erst mal an, wie schön oder unschön die erste Ableitung dieser Funktion aussieht. Dann entscheiden wir auch, ob wir die zweite Ableitung noch bilden, oder doch das Vorzeichenwechsel nehmen. Gut, diese Funktion abzuleiten, dafür gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Einmal könnte man den Term umformen und die Produktregel nehmen. Oder alternativ, was hier, glaube ich, schneller zum Ziel führt, wäre die sogenannte Quotientenregel, für den Fall, dass ihr das im Unterricht gemacht habt. Wenn ihr das nicht kennt, also das wäre in diesem Fall die deutlich bessere Wahl, wenn ihr das nicht kennt, könnt ihr auch diese zwei LNU nach oben ziehen, beziehungsweise nur das LNU musst ihr nach oben ziehen und die Produktregel anwenden. Ich werde mir natürlich das Leben einfach machen, die Quotientenregel nehmen. Lasst euch nicht verwirren von diesem Buchstaben U und V hier. Das hat ja nicht mit unserer U zu tun. Bei der allgemeinen Regel, die in jedem Buch so steht, oder Merkhilfe, ist U hier einfach der Zähler und V der Nenner. Das wäre bei uns dann das U² im Zähler und dieser 2LNU ist hier der Nenner. Also, legen wir auf der linken Seite los. Dann sagen wir A' von U. Wenn ich jetzt die Formel auf der rechten Seite anwende, dann habe ich oben im Zähler den ersten Term abgeleitet, also 2U mal 2LNU minus und dann kommt U mal V', also U² mal 2LF von U abgeleitet sind 2 mal 1 durch U. So, und im Nenner tun wir einfach Nenner von oben in Quadratssätzen. Also, LN von U alles hoch 2. Übrigens, diesen Nenner fasst man auch nicht an. Wir übernehmen ihn einfach so, wie er da steht. Jetzt ist natürlich unser Ziel, oben so weit wie möglich zu vereinfachen. Auf der rechten Seite sieht es schon mal gut aus. Wenigstens kürze ich dieses U hier unten Nenner mit der hoch 2 hier. Da bleibt nur hinten minus 2U. Und vorne können wir noch die 2 miteinander verrechnen. Also, entsprechend haben wir dann 4U mal LN von U und hinten minus 2U durch diesen Nenner. 2LN von U in Klammer alles hoch 2. Spätestens jetzt sollte schon klar sein, dass wir die zweite Ableitung bestimmt nicht mehr bilden wollen. Also, wir werden die Existenz des Minimums mit Hilfe des Vorzeichenwechsels untersuchen. Allerdings, davor müssen wir natürlich noch unsere Extremstelle bestimmen. Dafür brauchen wir die sogenannte notwendige Bedingung. Also, wir nehmen die erste Ableitung und setzen es gleich 0. Das ist eine relativ einfache Gleichung, weil in erster Reihe mit dem Nenner durchmultipliziert wird und dadurch dieser Nenner einfach verschwindet. 0 mal irgendwas ist ja 0. Und dann haben wir nur noch diese Gleichung übrig, die relativ einfach ist. Also, beide Terme beinhalten diesen U. Deshalb können wir 1U ausklammern. Entsprechend bleibt dann 4LN von U minus 2 ist gleich 0 hier in der Klammer. Und jetzt können wir den sogenannten Satz vom Nullprodukt anwenden. Also, die erste Lösung wäre hier U1 gleich 0. Die werden wir nicht wirklich gebrauchen, weil die Aufgabenstellung hat uns schon von vornherein gesagt, dass U größer als 1 sein muss. Zwar ist das eine mathematisch gültige Lösung sozusagen, aber auf jeden Fall nicht für uns von Interesse. Außerdem wäre die LN-Funktion bei 0 sowieso nicht definiert. Also, von daher vernachlässige ich einfach dieses Ergebnis. Was uns interessiert, ist auf jeden Fall die rechte Seite. Die wird uns hilfreicher sein. Also, es bleibt nur diese Gleichung hier übrig, die wir nach U natürlich umformen können. Das werde ich jetzt hier auf der rechten Seite machen. Also, ich bringe zuerst die Minus 2 rüber mit Plus 2. Dann haben wir entsprechend 4LN von U ist gleich 2. Dann teilen wir durch 4. Entsprechend dann LN von U ist gleich 2 durch 4 sind 1,5. Und jetzt, damit wir LN wegbekommen, müssen wir natürlich exponieren, also in E-Hochform schreiben. Das kann man zum Beispiel so andeuten, muss man aber nicht. Auf der linken Seite verschwindet dann LN und dann haben wir nur noch U stehen. Und auf der rechten Seite hat man dann entsprechend E hoch 1,5. Was zugegeben wiederum ein bisschen noch anders, schöner darstellbar ist als Wurzel E. Also, vielleicht könnt ihr euch erinnern, hoch 1,5 bedeutet eigentlich immer die Wurzel. Also, deshalb könnten wir das hier als U-Wert verwenden. Und damit wäre eigentlich das Schlimmste schon geschafft, also die Rechnung. Jetzt müssen wir nur noch überprüfen, ob unser Ergebnis tatsächlich im Minimum ist. Das machen wir wie angekündigt über das Vorzeichenwechsel in der ersten Ableitung. Also, hier ist die x-Achse oder die Zahlenstall-Achse. Hier wäre zur Orientierung dieser Wurzel E. Wurzel E ist das Dezimalzahl ungefähr 1,65. Deshalb müssen wir jetzt zwei Zahlen, links und rechts, neben dieser Wurzel E wählen und in die erste Ableitung einsetzen. Zur Erinnerung, unser Bereich, der uns wirklich interessierte, liegt zwischen 1 und 4, wobei die 1 nicht dabei war. Deshalb habe ich mich jetzt für 1,5 und 2 entschieden. Und wenn ihr diese Zahlen dann in die erste Ableitung einsetzt und den Taschenrechner eintippt, dann werdet ihr schnell merken, dass das Ergebnis auf der linken Seite negativ ist und das auf der rechten Seite positiv ist. Also, damit hätten wir einen Vorzeichenwechsel von Minus zu Plus und das wäre dann der Nachweis für ein Minimum. Außerdem müssen wir natürlich noch die Randwerte berechnen beziehungsweise diese Extremwertentscheidung treffen. Damit ist gemeint, in erster Reihe, auch wenn nicht explizit verlangt in der Aufgabenstellung, muss die erstmal diesen minimalen Flächeninhalt bestimmen. Dafür habt ihr die Zielfunktion A von U. Für U setzen wir natürlich Wurzel E ein und damit kriegen wir am Ende zufälligerweise auch das Ergebnis E raus. Also, wir hätten eigentlich E-Flächeneinheiten. Zur Erinnerung, E sind 2,718 irgendwas. Und dieser Minimum ist kein nachgewiesener globales Minimum, bis wir nicht die Randwerte überprüfen, weil die könnten gegebenenfalls diese Rolle übernehmen. Deshalb zur Sicherheit, die Randwerte wären dann 1 und 4, wobei wir die 1 nicht einsetzen können, weil dort unsere Zielfunktion nicht existiert. Aber wir könnten zum Beispiel knapp daneben die 1,01 wählen. Und dann haben wir eine Fläche von 51,26, also deutlich höher als E. Und die andere Grenze eingesetzt ergibt auch 5,77, auch deutlich höher als E. Damit haben wir jetzt die Gewissheit, dass das bei Wurzel E unser globales Minimum ist und die Aufgabe wäre fertig. Eine kleine Bemerkung noch vielleicht an dieser Stelle. Alternativ zu meiner Randwertuntersuchung könnte man auch das hier machen, was ich auf der rechten Seite eingeblendet habe, und zwar das Verhalten gegen 1 und unendlich für diese Flächenfunktion untersuchen. Es würde jeweils plusunendlich rauskommen, also die Schlussfolgerung für das globale Minimum wäre ja die gleiche. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. In Sachen extremer Wertaufgaben gibt es welche ohne Nebenbedingungen, also so wie die hier. Und es gibt allerdings auch Sachaufgaben mit Nebenbedingungen. Außerdem ein anderer Anwendungsgebiet der Differenzialrechnung wären Übergänge bei Funktionen. Damit meine ich diese Verbindung zwischen Funktionen, die sprungfrei, knickfrei oder rückfrei sind. Auch das ist ein wichtiger Anwendungsgebiet, was für die Abiturprüfung eine Rolle spielt. Und wenn Bedarf Tutorials zu all diesen Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, ein Like, ein nettes Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr meinen Kanal trotzdem abonnieren. Wer weiß, vielleicht gefällt euch mein nächstes Video.